Heute wandern wir einmal rund um den Chiniero, den jüngsten Vulkan Teneriffas. Er ist 1909 ausgebrochen. Dies ist die Tour 38 aus unserem Buch Naturzeit mit Kindern Teneriffa. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Details zur Tour, die genaue Wegbeschreibung und viele weitere Infos findet ihr im Buch.